Guten Morgen meine Lieben. Ja, ich melde mich nochmal aus dem Kibero Star Club Kanabaka und zwar vom Frühstück und wie ihr seht, wir haben hier gerade so schön die Pole Position, deshalb dokumentiere ich das nochmal. Der Mann, der guckt, ob man den richtigen Ein- und Ausgang wählt, hat so einen schönen, sehr sympathischen Mundschutz an, wo man wirklich auch das Gesicht sieht und ja, das macht schon viel her. Sehr nett, sehr freundlich, erinnert einen, dass man ein bisschen seine Hände desinfiziert, wie der Mann das jetzt vorbildlich gerade gemacht hat, mit Mundschutz soll man reingehen und oben drüber zählt halt, wie viel Gäste dort rein dürfen. Es sind 25, die auf die einen Seite dürfen, 25 auf der anderen Seite und das ganze Personal wuselt dahinter und gibt die Teller, die sind alle hinter der Plexiglasscheibe und man wählt im Endeffekt nur aus, was man haben möchte und die reichen es einem an. Man muss sich halt verständigen und auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Mix. Ja, das ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen, aber na gut, das funktioniert halt auch irgendwie. Man kann sich im Endeffekt so viel nehmen, wie man mag, nur das Personal muss halt leider, leider mehr arbeiten. Ja, also man muss auf nichts verzichten.